So Hallo Hallo Der Igel ist immer noch dabei, äh, Lucifer Ja, ich wollte noch unbedingt den Boss sehen Jetzt, so, und hab gesagt, okay, jetzt machen wir schnell noch eine fix Aber dann, äh, ne Nach dem Boss wird er wahrscheinlich auch einfach dann aufhören Ich mach noch weiter, weil ich so cool bin Ja, echt? Natürlich. Also, ich weiß nicht, ob ich mich ausklinke Ich guck vielleicht noch ein bisschen mit zu, also Oder, oder, Quatsch noch ein bisschen mit Ist ja noch, ist ja noch eigentlich alles im Zeitrahmen Ich hab ja, wie gesagt, hab ja mein Limit, wo ich ins Bett will Auf jeden Fall spätestens, und das ist ja noch nicht überschritten Da reichen noch viele Stunden Ja, dir fehlen zwei Coins, seh ich gerade, ne? Idiot Hm Ich weiß auch, wo du dich vergessen hast Bei den Röhren, da hast du nämlich einen Eingang vergessen Wolltest du dir nicht sagen, weil du so klug getan hast Ja, schäm dich Geh in die Ecke und, und Vielleicht sind die aber auch beim Boss Außerdem hätten dir die Sterne auch nicht gereicht, also... Da war noch einer Es bringt... Doch nix Dir fehlen noch eh die Münzen Wenn jetzt die beiden Münzen mit dem Boss sind, dann kack ich mir in eine, Alter, voll lachen Mit 29 Sternen, also das wäre schon echt... Ach, diese einfache Sache Äh, ich verstehe aber nicht, wo ich den da runterschupfen soll Bla bla bla, Yoshi, dir bla 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 Ich bin cool, du bist schwul Was? Den rechts wird das sein Ich hab gerade den rein so eine Möglichkeit gebracht Den rein, den man nicht bringen darf Ich bin cool, du bist schwul? Ja Das gehört Ich hab's jetzt einfach nicht beachtet, damit du dich noch peinlicher machst Bitte schreibt in die Kommentare Boah, du bist so untaityo Was soll das denn hier bitte von Boss sein? Das ist der einfachste Boss des Spiels Der ist ja noch einfacher als sonst Was passiert denn bitte, wenn er mich an die Wand drängt Der kann mich ja nicht mehr töten Nix, ach komm, wer lässt sich denn bitte bei dem Boss gegen die Wand drängen Ja, ohne Scheiß, was soll denn hier passieren? Soll er mich zerquetschen? Nö, bestimmt nicht Ey, der war auch schon im Originalspiel extrem leicht Bestimmt Hä? Verstehe ich nicht, wie? War ich das? So, und jetzt ist das ein Problem Na, was machst du jetzt, ne? Na komm her, komm her, du Komm her, du Fisch, hier, da Meine Fresse Was halte ich von dir? In deinem scheiß Schloss Ich will runter Hätte ich gelacht Ja, wobei, wäre auch egal gewesen Boah, bin ich motiviert jetzt wieder, weil ich einfach 96 Prozent Ne, Quatsch, 97 Ach, wäre das geil, wenn du noch die roten Münzen gehabt hättest Da hätte ich so gelacht Warum suche ich eigentlich noch danach? Du warst ja nicht dran Ja, du warst nah dran Bringt mir in diesem Fall auch nichts Ein schöner Rücken kann auch entzücken Nach dem Motto Wie viel fehlen dir eigentlich bei einem ersten Level? Äh, bei ersten Level Guck vielleicht gerne nochmal nach Guck mal gerne nochmal nach, bitte Würde mich jetzt gerne mal interessieren Oh, Josh, wie weit du deines Terroristenamtes Und spreng einfach dieses scheiß Haus da in die Luft Bumm Wieso macht Yoshi das eigentlich? Ich mein, ey, er sprengt ein wunderschönes Gebäude in die Luft Und seine scheiß hässliche Fahne da zu hissen Mhm Wenn ich sauf habe ich eine Fahne beim Pissen So, mal komm mal hier Ach Gott, ey 99, für dich da hast du Das ist, das muss ein göttliches Gefühl gewesen sein Ich glaube ich folge, muss ich mir nochmal angucken Wie hast du dich gefühlt dabei? Ja, erzähl mal Also, schau in die Kamera und sag wie du dich fühlst Oh, Leute Oh, Leute, ey Weil ich bin ja besser als Jeff Es ist, es ist jetzt nicht böse gemeint ihm gegenüber Es ist einfach Es ist natürlich Aber ich, ich bin jetzt erstmal weg bis Montag Das ist blöd Das ist so Keine Sorge, ich werde nicht nochmal Jeff nehmen Oder vielleicht doch, um dich zu ärgern Boah Gucken wir nicht, weil ich nächstes nehme Ja, als erstes Oh, nee, lieber nicht Der erste Kommentar schreibt genau Ich wollte gerade sagen, deswegen, nee, lass mal So Jetzt habe ich auf einmal 3.000 Kontakte in Skype Wie wird Fire? Mhm, ich weiß, was ich damit mache Ich werde die Typen nicht abfackeln, denn das ist unbesiegbar Übrigens, also die Skype-Adresse Von Sui Shomaru Ist Es You've been kicked from the server Moment, mit dem Stein kann ich irgendwas machen Ich schreibe es gleich nochmal Ich mache gleich Escape und schreibt zum Chat Also, keine Sorge Keine Sorge Naja, Quatsch Wieso blöd ist Es gibt auch immer Leute, die das irgendwie bei mir rausfinden Ja, also mittlerweile nicht mehr so Es ist schon ganz gut versteckt Aber die ist von irgendjemand gehört haben Der irgendwen kennt, der mich halt kennt, ne Und Ich hasse das Weil ich nehme sowieso niemanden an, den ich nicht kenne Also Ah, jetzt verstehe ich Moment Ist der Stein nochmal da? Natürlich Rollen, 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 rollen Hey, guck mal hier Epische Scheiße Ja Hätte man das nicht öffnet Ah, okay Abschalt bestimmt nur mit Stein Aber Ja Geht auch nur mit Stein Das weiß ich sogar ich Ja, bleib Nein, 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 nein Warum laufen wir mal Obelix rum? Und Totenkopf Nein Ihr sollt mich Okay Ja, sie sind schon runtergefallen Eiskalt Bam, tot Runtergefallen, man kann da runterfallen Oh, komm mal hier was hier ist Ne? Kommst du eine Aufnahme, komm so scheißigel Ja, man Ja, das sind die tollsten Ja, das ist Ach Gott Alla, die ganze Brigade vom Vom dritten Level aus der dritten Welt Nämlich recht in Sinne Die Mäuse gab es sogar schon der zweiten Die solchen hochkommen Ja, die Mäuse stimmt aber Stimmt Wart mal, ich brauch die Maus wieder Hier kommt die Maus Du 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 ok so du drecksmaus komm her ja das hat gut geklappt das war scheiße gibst du mir mein allwider epic fail epic fail epic fail die maus ist weg sie ist weg ich mag die musik hier sehr gerne achten schlüssel die man mit diesem schlüssel da gibt es manchmal so schlösser in einem level und dann kannst du dann damit öffnen ach echt wow das war reaktion man natürlich die willst du nicht essen weil ich voll süß von dir dass du nicht essen willst nein ich will nicht erst ich möchte was warum hast du nicht einfach unter geschluckt deswegen das war schon ziemlich das skillshot kann ich sagen wenn wir nachher zwei sterne fehlen dann dann weißt du dann das werde ich dir einfach unter die nase reiben heißt auch jetzt kommt kam ich auch noch natürlich was denn auch sonst auch kommen kam ich das macht mir hier und was macht ihr hier ich werde ich gehe jetzt einfach ich weiß dort ist mir das scheiß egal ich muss nämlich wenn ich habe ich schon alles übersehen und meine rote münze noch ja da ist wahrscheinlich eine blume drin ja ich weiß cool ja da kommen wir noch rote münze auch geil für scheiß egal da so noch zwei ek knall ist klar rote münzen scheiße drauf erfällt mir sagen können ich wusste gar nicht dass sie das können sie können die können diese sechs lehnen wird die 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 baseballer die mit dem baseball schläger ist mir egal wir lassen alles liegen heute mal er will einfach nur ein level schaffen auch wir haben keinen bock wer wurde scheiß das level würde ich sowieso wegen auch wegen dieser scheiß kam ich stelle ja würde ich auf jeden fall auf jeden fall mit plus 20 ständen von machen du musst auf jeden fall eine welt mit 100 prozent schaffen ich denke mal die erste damit sein bonus welt bundes level frei spielt und dann holt sie ganz viele plus 20 und dann machst du die ganzen welt nochmal nach am besten in der aufnahme und dann weiß ich habe wenn du alles immer alles gesehen hast brauchst du level sicherlich nicht noch mal machen aber wenn es also mit seinen sternen lager bei uns an den münzen lag würde ich die level noch mal machen ja dann bist du der einzige wieso also ich nicht warum auch kommen das wird es noch so zerstrebt haben willst du dir auch nicht weil die auch gefühle haben wir haben wir haben wir haben jetzt überhaupt 100 prozent machen wir keine ahnung ich überlege mir das normal nervt mich einfach nur noch ich will jetzt eigentlich nur beendet haben dieses projekt es macht mir keinen spaß ganz im ernst dann bricht ab nein ich breche nichts ab ich habe nie was abgebrochen was von mir ist also wenn das abbrichst dann werde ich dann werde ich dir jeden tag wenn ich dich sehe also wenn wir sprechen oder ich treffe oder so singe ich dir vor jedes projekt durchziehen genau deswegen ich habe mir da selbst verdammten fluch gesprochen wenn ich mich halten muss ich habe autofus world durchgezogen ich habe alle otto teile durchgespielt ich habe hat auf die alien durchgespielt ihr habt auf darkness dort gespielt und dann kacke ich ab an joshis island oder was was ist das für eine logik das spiel ist auch wesentlich schlimmer als wir einfach wir einfach schüttet das war der style weg wir haben immer zu ende fehlen nach rote münzen das level ist erst einmal roten münzen hast zurücklaufen ach so verstehe so cool wenn das nachher wie so schlösser hätte wo du nur mit einer gewissen anzahlen roten münzen durchglaubst du leid jetzt noch mal leute dass wir gerade so durch was aber das liegt an mir kein blog mehr könnt ihr mir gerne auf den kanal schreiben wieso jetzt wenn du mit chris mit dir spielt dann dann ist er so scheiße und der hat keinen bock mehr zu nichts und so und lässt alles liegen ist voll langweilig blöd also wenn wenn ihr der meinung seid dann schreibt einfach die sterben du toller igel und auf die kanalwand dann bin ich sehr froh drüber oder gibt ihnen einen spitznamen gibt den entspitznamen immer der tolle irgendwas diskriminierendes am besten toll ja der tolle nuss der tolle nuss wert genau der tolle hamster oder so scheiß das tolle meerschwein meerschweinchen da guck da ist der schlüssel den hättest haben müssen hast aber nicht wenn ich das nicht interessiert dass das geilste wäre jetzt eigentlich eine bonus level kriegen würde das wäre so super stylisch hätte ich gekriegt okay wenn ich meine wenn das oben kriegst aber du hättest eine bekommen wenn du eine blume mitgenommen hat das noch oder das letzte gewesen ich weiß nicht warum zählt dann gehen links rum oder rechts rum also urzeigen oder ohne sein abflusspunkt 25 punkte ich finde das passend für das erste level sogar rot so wir haben zwar erst zwölf minuten voll aber leute ich habe definitiv kein bock mehr ich überlege was ich mache ob ich das weiter 100 prozent durchziehe oder einfach durch russia ganze wert ich habe keine rocke auf das spiel ich möchte ich eigentlich nur beendet haben und was macht machen kompromiss macht so eine welt wenigsten 100 prozent zumindest oder zwei mal sehen also das war der tolle egel also ich war jetzt dabei ich bin jetzt dann erstmal nicht mehr dabei vielleicht bin ich irgendwann mal wieder dabei wenn er das überhaupt noch weiter spielt oder wenn er das abbricht mir egal scheißegal ich bin jetzt auf jeden fall erstmal weg ihr müsst jetzt auf mich verzichten tut mir leid es tut mir sehr sehr leid und ich bin auch sehr klar dass er jetzt ein bisschen traurig zeit und sowas aber da dürft ihr jetzt einfach euch nicht zu sehr mitreißen lassen es gibt sie nach ein paar tagen wieder meint nicht zu sehr nimmt euch taschentücher tschüss tschau